So, einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch recht herzlich beim Crispy Rider. Ja, wie ihr dem Titel schon entnehmen könnt, sind wir gerade auf dem Weg zu einem Verkehrsübungsplatz. Und zwar genau zu dem Verkehrsübungsplatz in Mülheim. Ich zeige euch mal ein Bild ein. Der ist zwar ein bisschen schäbig, aber da darf man mit wunderschönen Motorrädern fahren. Und ich habe nämlich bei mir hinten drauf, ich weiß nicht, ob man das sieht. Sag mal Hallo! Ich habe den NK Citrone bei mir hinten drauf. Der macht jetzt bald seinen Motorradführerschein und hat am Montag seine erste Fahrstunde. Und da habe ich gesagt, komm, ich bin ein netter Kollege. Dann kannst du mal mit meiner Maschine fahren und dann kann er schon mal lernen, wie das alles so funktioniert. Also, ja, würde ich mal sagen. Wir sehen uns gleich am Verkehrsübungsplatz und ja, bis gleich. So, guck mal, da steht er ja schon. Moin! Moin! Na? Alles Witz? Fühlst du dich bereit dazu? Ja, aber dann höre ich es nicht. Nee, das kann ich mir vorstellen. So. Route. So, denk dran, erwarte nicht so krass viel, ne? Der Übungsplatz ist nicht der absolute Oberhammer. Aber einfach mal, um ein Gefühl zu kriegen, weißt du? Ja, genau. Ist ja wichtig, ne? Wann hast du deine nächste Fahrstunde oder deine erste? Nächste Woche am Montag. Ja, guck mal. Das heißt, in vier Tagen. Nee, perfekt vorbereitet sein. Eben. Weiß ich nicht los. So, wir sind jetzt auf dem Verkehrsübungsplatz angekommen. Der Niklas, der wartet auch schon sehnsüchtig auf mich. Ich muss nur erstmal kurz gucken, wie das hier genau ist, mit den, wo man wechseln kann. Aber auch immer mit Seile und Vormachen und so, da habe ich irgendwie nicht verstanden. Aber, äh, ja, wir werden es erleben. Eigentlich war nämlich hier der Wechselbereich. Aber damit da vorne jetzt der Wechselbereich sein. Das ist jetzt richtig schön. Oh Gott. Ich komme mir vor wie so ein sechsjähriges Kind, was gerade Fahrradfahren lernen lernt. Okay, Nervosität ist jetzt da auf jeden Fall. Ja, dann, äh, denkt man jetzt über ein Bildern, ne? Hier darfst du fahren jetzt nur rechts raus, nicht links rum. Aber du kennst ja eigentlich die Straße, ne? Ja, ey, also ich würde erstmal gerne auf der Gerade üben, ne? Die da gerade meinte. Hinter uns. Echt? Ja. Juni, ich habe so ein Ding noch nie bewegt. Versuch doch einfach. Wenn du da nicht rumkommst, dann kannst du immer noch aufs Grat. Aber ich glaube, du kannst mehr, als du denkst. Du vertraust mir ein bisschen zu viel. Oh Gott. So, wo soll ich jetzt lang überhaupt? Da vorne, wo der Karre lang fährt. Also hier und dann rechts raus. Du kannst ja ganz langsam um die Kurve tippeln und ab da ist er eh erstmal gerade. Oh Gott. Oh Gott. Da kommt ein Auto. Hilfe. Das ist natürlich der beste Ort, um Motorradfahren zu lernen. Überall Schotter. Oh Gott. Okay, ich habe beide Füße drauf. Oh Gott. Jungel. Ach, du heilige Scheiße. Okay, habe ich Vorfahrt. Der sieht mich. Der sieht mich auch. Du hast ein Stoppstück, Kollege. Oh Gott. Ist das komisch. Oh Gott, Huckel. Oh, bitte leg dich nicht hin. Oh, bitte leg dich nicht hin. Oh Gott, Kurve. Kurve. Alter, Christoph, was hast du am Gas gemacht, Junge? Hey, hinter mir, das ist so ein Dreirad-Auto. Kennt ihr das? Dieses Fiat 500 Ding ins Kirchen? Junge, die Gasannahme ist so komisch. Oh Gott. Boah, ich komme gerade aus dem Grinsen nicht mehr raus. Kurven-Action. Oh. Oh Gott, Junge. Kurve. Ah, okay. Oh, ich muss mehr in die Schräge gehen. Der sieht mich. Ich habe Vorfahrt, Kollege. Die denken sich bestimmt auch, was ist ein Vollidiot. Oh, Junge, die Gasannahme ist so komisch. Okay, okay. Ein bisschen Gas geben einmal. Oh, ich halte die Griffe so viel zu stark fest. Das tut richtig weh. Jetzt kommt das Spiel wieder mit Kupplung. Oh Gott, warum zieht ihn da rechts? Oh, ich darf diese Griffe nicht so stark festhalten. Das tut richtig weh. Kurve, Kurve. Okay, okay. Jetzt weiß ich, was der meinte. Mit Rücken gerade halten und so, damit da nicht so auf die Handgelenke geht. Oh, okay, okay. Alles, das ist alles Neuland. Komm, jetzt noch mal Gas geben. Einmal. Oh, Junge, das macht so viel Laune. Oh, nicht so stark. Nicht so stark. Die nimmt manchmal so komisch Gas an. Ich entwickle ein Gefühl für dieses Monster. Boah, die gesehen, wie ich ausgewischt bin. Schickt mich in die MotoGP, Jungs. Okay. Oh, nee, Schotter, Schotter, ausweichen. Boah, was ein Ausweichmanöver. Boah, die Gasannahme stört mich. Oh Gott, der Typ läuft in meine Richtung. Der will bestimmt was von mir. Ich sag doch, der will was von mir. Ich sag euch ehrlich, ich weiß immer noch nicht, was der von mir wollte. Weil der Mann hat wunderschöne Nahrung gehabt. Nicht mit so viel Gas. Nicht mit so viel Gas. Boah, die Kurve gesehen. Huh. Oh Gott. Jetzt wird's eklig. Oh Gott. Ich hab die Füße unten. Alter, wenn ich jetzt wegrutsche, der killt mich. Junge, wie soll ich da durch? Langsam mit und langsam kommen. Upsala. Hat keiner gesehen. Also am Anfang hab ich echt viel Schiss gehabt. Aber ich hab da ein Gefühl fürs Motorrad gekriegt. Und boah, danach hat's einfach nur Laune gemacht. Weil du hast natürlich auch Angst, wenn da irgendwelche Schlaglöcher oder irgendwelche Hucke kommen, dass du da drüber fährst. Ich denk halt immer... Boah, die scheiß Fliegen hier. Ich denk halt immer, du fliegst sofort hin. Aber das ist gar nicht der Fall. Nee. Aber ich find deine Gasannahme ist ganz komisch am Anfang, so im ersten Gang. Ich weiß nicht. Du willst nur so ein ganz klein bisschen Gas geben, aber er geht dann... Ja, weil du das Gefühl du hast Gas an dich hast. Glaub mir. Du siehst ja, wenn ich fahr. Ja. Ja gut, kann auch sein, ne. Boah, ich hab mir das schwieriger vorgestellt mit 7, 8 kmh die Ball auszuhalten. Oh Gott, nehm ich die Kurve hier so? Geht das? Oh Gott, ich hab Angst. Ich hab Angst. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Das war jetzt unangenehm. Natürlich kommt das ins Video. Toll. Sehen die Leute, wie dumm ich fahre. Okay. Oh, soll ich mal versuchen, den zweiten zu schalten? Nee, nach der Aktion. Das Ding ist, ich kann aber auch halt nur hier fahren. Weil hier ist kein Schotter. So, ich bin Fahranfänger. Da kannst du nicht auf Schotter fahren. Stell dir mal vor, naja, die Situation von gerade. Oh Gott. Okay, ich muss echt drauf aufpassen, wie ich die Kurve nehme. Ich hab noch absolut kein Gefühl dafür. Oh, ich hab so Angst, dass ich beim Schalten irgendwas falsch mache. Ich will schalten, aber irgendwie trau ich mich auch nicht. Alter, den musst du so viel beachten, ne? Beim Auto, ja, Lenkrad nach rechts, Lenkrad nach links, zack, fertig, easy. Mal hier. Aber in meinem Gehirn verbinden sich gerade so viele Synapsen. Oh Gott, der sieht mich, oder? Bitte seh mich. Halt an. Danke. Boah, ich fahr die Kurven ja wirklich nicht schnell mit, weiß ich nicht, 14 kmh oder so. Und das geht ja noch. Das ist ja noch einfach, sag ich mal, ne? Wie soll denn das aussehen bei, keine Ahnung, 60 kmh oder so? Uh, hallo. Uh, hey, nicht ablenken lassen. Bisschen flexen. Ist zwar nicht mein Moped, aber weiß ja keiner. Oh, ist doch schön. Peng, 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 peng. Ich hab absolut kein Gefühl für das Gas. Junge, das ist so empfindlich. Oder ist das, weil ich im ersten Gang die ganze Zeit bin? Ich weiß es nicht. Alter, und so ein Ding soll ich mit 100 kmh bewegen. Und manche fahren nur mit 300. Wie? Das geht noch nicht in meinen Kopf rein. Oh, das macht schon Laune. Ach, übrigens, wir sind jetzt zu diesem Verkehrsübungsplatz da gefahren. Wir haben einfach kein Geld mitgenommen. Das kostet so wie 10 Euro die Stunde. Ja, vielleicht 5 Euro oder so. Wir so, wir kommen gleich wieder. Wir fahren, dann gehen wir zur Sparkasse und bezahlen dann. Junge, wie peinlich. Wie bezahlen höre ich das kostenlos? Ich gehe mal zum Crispy Rider. Oh Gott. Bitte fall nicht hin. 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 Danke. Aber ich musste reindrücken. Stimmt ja. Am Anfang, ich hatte richtig Angst. Aber mit der Zeit habe ich gelernt, ja, wie man fährt einfach. Was? Darüber reden wir nicht. Danke nochmal für diese Erfahrung. Das hat mich sehr gefreut. Sie haben ein sehr schönes Motorrad. So, das war es mit dem Verkehrsübungsplatz. Ich weiß natürlich nicht, wie Niklas das jetzt empfunden hat, weil ich ja nicht direkt dabei gewesen bin und weiß ja nicht, was der alles so erzählt hat. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass es für ihn gut war. Aber ich hatte nur einmal kurz Sorgen um meine Maschine und das war, als der dann da auf den Hügel drauf gefahren ist. Da wollte ich auch zu ihm laufen, aber da hat er mir aus der Ferne, aha, da hat er mir aus der Ferne den Daumen hoch gegeben und deswegen dachte ich mir, komm dann, weißt du was, dann mach einfach.